ja die jungen leute und herren herzlich willkommen in seiner weiteren aufnahme pvz zusammen mit markus das erste heute wieder hat die alte regel wie in den letzten einigen folgen Prozent wenn wir sterben wechseln wir natürlich durch das ganze heute bei den wissenschaftlern es läuft streng nach reihenfolge und wir werden spaß haben und ich will den Kinder haben der Freilich muss ich wieder und bedauern weiter erster verbracht zu den Menschen ja bei volltreffern schon nicht möglich die Stiftung aber das ist aber Ein vertrabener Stapper, der jetzt uns ein Ding frisst. So, erster Kill. So, Minen in den Garten, Minen in den Garten. Nein, stand doch da nicht. Kannst du dich wiederbeleben? Ja, ich versuch's. Überleben. Oh, weg hier. Oh ja. Ich hab hier Heilung bei mir. Oh, der Stapper verfolgt mich. Ey, das ist ein Telefonflug. Ja, ja, Telefonflug, schon abgewährt. Der kann uns nicht verdauen, der Telefon. Wo nix du? Unter Straße. Ach du Scheiße, ja, ich versuch's. Bin da. Ach du Scheiße, ich bekomme einiges am Besuch gerade, falls der Stapper macht ihr ein Problem. Und wieder weg. Ich hab immer wieder diesen Tunnel hier runter. Hier ist mal einiger, was ist sicher. Aber die gute Chester Heilung hier macht ihr ihr. Achtung, Schnapper. Das war zu spät. Aber die wieder wieder. Denn alles da. Nicht so, ne? Meeresbiologe. Ne, ne, ich bleib mal hier Standardwissenschaften. Das ist viel cooler. So, Dreierabschussserie. Oh, da kommt ich wieder in den Stapper. Vorlage. Ach, du Scheiße, kommt da als viele. Ach, komm. Scheiße, ich gebe mal. Dreierabschussserie. Ich bin im Garten zu mich holen. Oh, bist du witzelig. Das ist nicht viel drin. Ja, aber davor. Bin tot. Schnappern. Da, wie ist es? Die haben irgendwie einige Schnapper, habe ich so das Gefühl? Ja. Meeresbiologe. Es ist Zeit, in den Krieg zu ziehen. Ja, muss, dann muss, ne? Ne, ein Schuss tot. Alter, das ist einfach eine Armee von den Leuten. Ja, Minen rein, da. Oh, Mann. Sch-Schleim. Kacke, Alter. Oh. Die Garten. Stirb, die Garten. Nein! Kannst du dich holen? Schlick am Zaun. Ja. Ja. Oh. Jawohl. Vierabschussserie, Alter. Oh, oh, ich bin gleich tot. Ich muss weg. Tötet sie. Brauchst du hier? Ne. Noch. Ja. Oh, ich hab mir so gelegt, wie sitzt du, Alter. Ach so, ah, nein, ich komm nicht weg. Nein. Doch. Oh. Er will die Gartenhofer zu, oh, stopp. Bis dahin. Ich hab versucht, mir das Leben zu wetten. Ja, ich weiß schon, aber du wirst es eh nicht überlegen. Ich hab den Schnapper schon geklatscht. Oh, nein, war der Schlag. Was war auch, hat er jetzt sich auf Spielcharakter gewechselt? Wie der? Hab gedrückt. Es war da einfach nochmal, okay. Dann nimm mal giftig, giftig. Ja, ich bin ja eh schon weiter wie du, also von dem her. Ja, ich bin ja eh doch hinter dir. Ist das hier schön ausgeglichen? So, den hier noch weggeholt. So, warte, ich komm mal wieder zu dir, ne, weil wir wollen hier zusammen spielen, ne? Wolle. Ich könnte mir mal gleich deine Heilung hier. Ja. Oh. Oh, das hier sieht nach einer bösen Verteidigung aus. Ja, Schuss. Jetzt könnte ich dir mal Heilung. Ja, es gibt mir mal Heilung. Irgendwie kann man von der Heilung aus hier auf den Zaun, glaube ich, und dann könntest du, genauer könntest du von hier aus in die Garten wandern. Nein, ist die Heilung kaputt. Nein, es gibt, glaube ich, auch so wie die Steine hier, oder? Irgendwie habe ich es mal gesehen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Da ist eine Feuerblume hinter dem Truck. Minen in den Garten, schnurrende Minen. Oh, Bode. Oh. Nein, direkt reingepotet, das scheiß Kraut. Und dann direkt der Schnapper hinterher. Zack. Vorbei die Sache. Wieder Davius DS. Zweimal gestorben, zweimal eher. Aber ich habe ihn auch schon zweimal geholt. So. Doktor giftig. Ich fände immer noch als Weihnachtsmann rum, irgendwie. Ich fände immer noch als Weihnachtsmann rum, irgendwie. Ja, komm zu mir. Ne, ich habe schon mal eines. Ich weiß nicht, wo du bist, dann lach. Ist das die Straße? Ich nicht. Ich weiß, du bist dein Gefeuil, der drüben. Ich bin auch. Schnapper. Ich habe mich gegessen. Überraschend. Da. Psy. Physiker. Pizza-Fetzer. Ich vergifte die ganze Zeit alles und je im Garten. Da wird giftig, kannst du einfach so ein bisschen aufs Nipper machen. Und den schnapper beim Vergrabe aus dem Boden geholt. Ah, diese Scheiß-Alien-Blube, der. Oh, Mann. So, jetzt mal in den Garten, Leute. In den Garten wird jetzt gepusht. Mann. So, und schon ist der Garten gecaptchert. Astronaut. Ehe. Ne, ich bleibe mal noch Dr. giftig, der gefällt mir grad. Ich bin jetzt gleich tot. Ja, scheiß, das ist voller Feuerblumen, Alter. Hast du hier? Bin tot. Bin ich auch gleich tot. Ah, hier. Schlapp da her. Oh, meistern Schloss. Mat. Alter, scheiß so ein Erruptionsstrahl, Alter. Komm ich mal, ich bin auf der Treppe. Hey, zwei Kiss gemacht. Karten-Zombies. Muss einmal Zombies beschwören. Nein, Karten-Zombies. Und ich muss noch ein Schnapper-Stachel-Kaut die Runde zerstören. Ja, das hier bietet sich das gerade schön an. So, ein bisschen abgeschlossen. Oh, ich brenne unter... Nein, ich legte am Teleporter. Danke. So, ich grad hier ist der ich gesetzte. Ja, hab ich... Oh, schon wieder dieser Scheiß-Luftschlag von Debbie Dave. Und ich bin ausgerollt. Okay, ich bin ausgerollt. SyngewechselAND ich bin im Garten Du hast du dich im Garten? Nein, ich bin immer noch im Garten Jetzt bin ich nicht mehr im Garten, jetzt komme ich mal wieder raus da Sonst bin ich nicht mehr recht tot Ihr Ja, aber ich bin nach Zombies holen Halt, nein, nein, nein Sorry Und sein Heal wurde zerstört Aber hier hast du Heal So, er hat sei im Garten gehielt Oh! Schöner, Sabine Alter, war alle geholt, alter Kannst du mich holen? Mit dem Garten Bist du das? Ja Oder bist du das, da hier lange und fünf Wissenschaftler Ich hab schon noch zwei Stück wiederbelebt, bevor du überhaupt was gesagt hast Ich glaub da, einer von dem ist bestimmt du Wow Oh, Stapper Oh, ich hab sogar noch besiegt Nein! Scheiße David Dave Anschlag, Alter Wo lege ich hier oben? Auf diesem Rundkreis da Ja, ich hole dich Halbkreis da Scheiße Mann Ich muss zerstört werden Wow Ich will dauernd Wo liegst du jetzt? Kannst du dich holen? Ich lieg ich unten Ich will da oben Und dann hol ich mich trotzdem Ah, so aus So, ah, Teleporter steht Aber ich will zweit gehen, ich geht's nicht Teleporter Weil, komm mit, ich zeig dir die supergeheimen Sniper-Tricks mit den Wissenschaftlern Ja, super Ja, super Ja, super Ja, supergeheim und so Voll Wenn ich dir jetzt mal treffen würde Dauert, ne? Die Krübe rett noch der Eis rum Da will ich jetzt hinten Zack So, jetzt sind wir doch da, wo wir hinwollten Wow Wo wollen wir denn hin? Hier, wo ich stehe Weil, da bin ich mit beider Klassiker ziemlich gut dran Ui 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 C U U U U M der Garten ist so voll besetzt mit Pflanzen, das ist übel. Wow. Nein, du musst wechseln, du musst wechseln, Mann ey. Fick dich, Bernd, Ralfall. Chemiker. Physiker. Warpfe 25 mal in einer Sitzung, das schaffe ich auch noch die Runde. Oh, nö, mit Physiker, ich hätte diesen Energieworp. Blitz in dein Gesicht, Blitz, Blitz, Blitz in dein Gesicht. Fuck, 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 wollen wir wieder auf mich, ey. Aber ich hab noch, äh, das Standard noch, äh, Heilungsdingfaktor. Weil noch alle Standards davor, der da. ETF, don't. Wow, ich auch, natürlich. In dem Moment, wo mein Dings aufhört, explodiert ne Chili-Bohne, der mir. Der hat sich echt trainiert. Astronaut, auf, auf und den Krieg. Äh, wir sollten ziemlich schnell in den Garten rein. Archeologe. Ja. Ach, so, da ist schon wieder scheiß Sombraerboden. Bombe. Ach, ich bin da. Ja, die hat mich viel geholt. Ja, die hat mich viel geholt. Jetzt ist es auch ein Dorn. Jetzt ist der letzte Dorn. Äh, was kommt nach dem Astronauten noch was? Ja. Okay, dann würde ich sagen, hängen wir dann auch wieder was dran an die Folge und damit Leute, würde ich sagen, es heben wir uns dann gleich, wenn es weitergeht. Servus. Dos. So Leute, weiter geht's mit die Wissenschaftler, wir sind jetzt bei Chemika gekommen. Markus, ich bin der Doktor Chester. Dr. Chester. Dr. Chester. Dr. Chester. Oh, Käse. Oh, Käse. Oh, ich bin Schnapper wegholen. Es trifft sich ja gut, dass da vor den Schnapper rumsteht. Oh, ich werd hart bombardiert. Oh, ich hab Kehl gemacht. Ah, der ist mal nur durch Bambuswobel. Egal. Oh, 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 au, ich bin tot. Erbste Schalldämpfer. Ja. Mr. Fisch, Fisch 1, 2, 3, 4, 5. Dann spiel wir doch den Archäologe. Oh. 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 ja zumindest habe ich die dixie klos noch hochgehalten habe dafür super heiler bekommen meine vision abgeschlossen jetzt muss ich zehn pflanzen mit explosiven haftmiede beschädigen ich bleibe lieber stehen dann werde ich durch auto geworbt der auto war nicht funktioniert stehe ich wieder am friedhof ich bin jetzt übrigens auch bis der kiesse okay ich bin schon zweimal verreckt in der dritte Serie was so nah sind da wäre es ist der erste gilt die habe dieses dauergeschnurre aber was halt die zwei wenn wir es zu zweit mache alte ich bin woher aber hier rüber da das ist erst ab hier und ich wollte ja wo 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 steht 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 warte oder nein nein ich bin dort weil ich gesehen das bild ist scheiß der stachelkraut reingehüpft und kann deswegen von der boden nicht mehr weg oh ja paleontologe jetzt können wir spaß haben zwei paleontologen der garten ist aber auch nicht die betreutiger und wiederholen kurz wie alt geht eigentlich paleontologen machen einnehmen von den garten sind doch immer so viele tot das habe ich aber schaffen hier er ist da war ok da war dort das macht was das macht was das macht was das macht ja ich hab sie und ich bin schon wieder tot das ist auch eine erbse so im paleontologen wenn ich an deiner stelle auf distanz bleiben der erste mal ein bisschen auf distanz probiert ach du bekommst wieder besuch von der seite er natürlich wieder mich haben will aber eben und der die garten da habe ich noch 2.5 getötter mit der stadt zerstört an der rache aus dem graben das war schwachsinn ich bin jetzt sich darin zu das ist nicht man als guter Käse es kann jeden Tag zum Zinskampf da bis wir davor gelaufen sind haben was wieder gestimmt ein bisschen was für gedacht da er ist ja abgesagt es lässt der Welt das war da hoch geht da oben statt er habe ich schon angefeuert gestern das meine die Probe ist auch weiter jetzt Achtung wurde hoch geflogen hatte ich wieder runtergefallen oder woanders er nimmt so eine scheisse Erbsen versucht sie die ganze Zeit hoch zu hüpfen schafft es aber nicht ich habe mir 5 versiegt jetzt kommt sie von hinten und wirft wieder dem Boden ich habe sie weggeholt 6er Streak und Katrus Sieber Streak Sahnen hier gestorben Geißer oh so wieder heilung jetzt habe ich die Drohne weggeholt das ist eine so eine Lume sind vieles auf dem Blumen und Achterstreak oh Junge KST habe ich die ganze Zeit das würde ich ja erst da wurde ja ich bin auch tot aber ich würde nicht von der Bode geholt sind auch von ihm weil ich am reload war aber egal wer auf die Garten jetzt haben wir dann auch alle wissenschaften und euch sind sie wieder bei anfang wo der Formel er hat er auch freut also wieder geholt dem 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 wo amal die Gäste nicht noch weit ich hab weg ist bleib natürlich holen und nächste also beim hier oder schilder bist du da hinten du lagst mit mir wieder da drüben das sauer der fixen bambus moment oh ich hab da wirklich gemacht ich hab schon wieder eine 5er streak what the fuck geht mir das an sechster streak acht euro eine frisorte vorgeschlag aber ich bin wieder belebt aber eine sechster stück ist trotzdem vorbei muss ich meine streak von vorne aufbauen ähm umbottet rumen kettcher war die gladde gewollt ich auch deine verdammte pflicht ein bisschen was tot jetzt wird es gegen die wiederbelebung durch jetzt musst du mich holen jetzt musst du mich holen jetzt musst du mich holen ja ich hab dir das mal weggeholt jetzt steh ich jetzt bei der Hild ist endlich auch jetzt musst du mich holen ich bin so kommt schon schnapper hinter mir so kaktus du wirst jetzt sterben zuerst fallen oh oh weißer Schlag nein nein, ich schnapp her ich bin einfach erster mit 20 Kills wo du wies wer ist Biologe s 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 aber ich habe ihn mit der video aus dem boden geholt das war die konterwurz weiter weggerotzt ach komm ich bin im garten aber ich bin hart unter feuer ich bin tot kredoffelmine dr gieft so jetzt rein ins hausland hol mich mal ja ich bin doch wo ganz anders ist das wort dass ich bei dir wird es ja teilweise abgelaufen die hat mich wohl nicht beendet er wo hinter mir aber reichen oder er hat sich aber hier wieder hinter sich gestellt überlebt neuerlich holz so jetzt werden Ah! ein ich bin drin nur noch ich bin drin aber ich liebe es Leuten Schnurrkugeln an den Kopf zu werfen mann das wird sie wieder schleim hier sind meine Erzfeinde und ich bin wieder drin das ist ein wissenschaftler Gameplay DT in er leute ist so sieht es aus es sieht so aus als wäre das schon wieder ein sieg gewesen und die wissenschaftler und mit so wird auch vorbei ja auch johle aber auch ein Thema ist das nächste mal nach dieser 15.580 Münzen Runde was ziemlich geil ist selbst und schau ja